Willkommen zum heutigen Powerimpuls. Und das ist genau die richtige Pose. Das ist eine Siegerpose. Und es gibt Studien darüber, dass wenn wir zwei Minuten lang Siegerposen machen, biochemische Veränderungen in unserem Körper stattfinden. Denn der Testosteronwert steigt, und der Cortisolwert sinkt. Und Cortisol ist ein Stresshormon und interessanterweise ist die Wirkung dadurch auf andere viel besser. Also wenn du zwei Minuten lang Powerposen machst, zwei Minuten lang so die Arme nach oben wie ein Sieger dich gibst, dann wirst du von anderen souveräner und kompetenter wahrgenommen. Und deshalb ist der heutige Powerimpuls zwei Minuten Siegerposen machen. Und wer dem noch einen draufsetzen will, der nimmt nochmal chinesische Stäbchen zur Hand. Denn die Devise ist nicht mit Stäbchen essen, sondern Stäbchen essen. Wenn du mit einem Stäbchen, wie ich jetzt gerade, wenn du ein Stäbchen in den Mund nimmst und versuchst, die Lippen nicht das Stäbchen berühren zu lassen, sondern schön lächelst, dann bewirkst du auch damit, dass sich chemische Prozesse, biochemische Prozesse im Körper verändern und du bekommst automatisch bessere Laune. Also nicht mit Stäbchen essen, sondern Stäbchen essen. Heute als Powerimpuls. Schreib mir gerne unter das Video, wie es gewirkt hat. Ich freue mich sehr darüber. Auf ganz bald, dein Thomas Friebel.